Hallo Leute, willkommen im Clearwater Marine Aquarium. Geht's euch gut? Anscheinend ist Winter heute besonders verspielt. Winter ist eine riesige Inspiration für mich. Ist sie nicht fantastisch? Ihrem weiblichen Tümmler, Winter, geht es nicht gut, Clay? Hier darf niemand rein. Winter fühlt sich nicht wohl. Kommt sie nicht mehr raus? Nicht oft. Man kriegt sie kaum raus, damit sie was isst. Versuch's doch mit, Clay. Bei meiner Katze funktioniert's. Winter braucht ein anderes Weibchen, aber schnellstens. Ich geb ihnen 30 Tage zur Lösung des Problems. Hey Leute, die Küstenbacher hat einen gestrandeten Delfin gesichtet, Clay. Es ist ein Weibchen. Okay Leute, wenn der Truck ankommt, hört ihr eine Stimme, und zwar meine. Sawyer, du bleibst in meiner Nähe, verstanden? Da sind sie. Sie ist so klein. Wir müssen sie sofort ins Wasser bringen. Ich trage sie selbst rein. Jetzt bleibt uns nur noch Hoffnung. Sie heißt Hope. Hallo, Hope. Wieso lassen wir sie nicht zu Winter? Du kannst doch nicht einfach zwei Delfine zusammen ins Wasser werfen. Wenn sie sich nicht mögen, verlieren wir Winter. Winter, was sollen wir denn machen? Die Welt ist groß, Sawyer. Ab und zu muss man sie ein bisschen aufrütteln. Ich kenne Winter. Eine andere Chance als die haben wir nicht. Ich will hinterher nicht sagen müssen, wir hätten's nicht versucht. Sawyer hat recht. Und ob, sehe ich genauso. Woo! Woo! Hör auf damit! Was soll der Quatsch? Wir können nicht wissen, ob Delfine Freundschaft empfinden. Das kommt mir aber so vor. Das ist wirklich toll. Sind alle so weit? Okay. Schickt Hope rein. Kann mir mal einer sagen, was mit diesem Vogel los ist? Ist ne lange Geschichte. Wir sind alle so weit, was mit diesem Vogel los ist.